Wir haben zugehört. Über 11.100 Beschäftigte haben uns ihre Meinung gesagt. Und deshalb fordern wir gemeinsam, wir wollen weniger Arbeitszeit. Und mehr Zeit für uns. Freizeit. Erholungszeit. Familienzeit. Spielzeit. Nachspielzeit. Wir fordern Verlängerungen der Tarifverträge, Beschäftigungssicherung und Altersteilzeit. Zusätzlich fordern wir eine Entgelterhöhung. Denn die Inflation trifft uns alle. Junge Mitglieder, ältere Mitglieder, alle Mitglieder. Wir haben ein starkes Forderungspaket. In dem Paket ist mehr Entgelt, weniger Arbeitszeit, Tarifvertrag, Beschäftigungssicherung und Altersteilzeit. Deshalb müsst ihr gemeinsam mit uns jetzt dafür kämpfen. Dafür kämpfen wir. Für euch. Für uns. Für alle. Kurz, wir machen uns stark. Gemeinsam. Wir machen uns Welt. Mah pleasure. Zu unsererует... Wir machen unsikte Pizza.